Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bramble The Mountain Game. So, wir sind letztens hier stehen geblieben, bei den Rehen. Richtig schöne Kulisse. Genieße sowas, richtig. Liebe sowas. Das war einfach schön. Einfach... Einfach die Idee von diesem Spiel. Gehen wir mal runter zum Igel. Oh mein Gott, da ist ein Igel. Kann ich einen Igel reiten? Ich muss zum Igel. Igel, komm her. Da ist ein Blumen drauf. Ich kann mit drauf? In einem Taxi? Oha. Kann ich jetzt angeln gehen? Oh, der kann schwimmen. Oha. Ich dachte, ich kann auch in den Gang. Gehen wir mal rüber. Ich muss mal schauen, was es hier so gibt. Ich weiß nicht mehr, wo lang ich muss, aber... Das wird schon irgendwie klappen. Einfach den Weg entlang. Ich will eigentlich nicht so viel reden. Und das... Der Gesang und alles... Das ist so schön. Ich will eigentlich schon gerne mitnehmen, ne? So. Tolle. Weiter geht's. Wir haben ja den Genom entlang. Es gibt Genom zu Hause zu haben, wäre doch auch voll cool. Ey, bleib stehen! Bin nicht so schnell. Warum bist du so schnell? Er rennt ja wie... Jetzt weiß ich, Alter. Er hat ja den Nitro geschnückelt. Was bist denn du? Kann ich nicht essen? Ey, ich hab ne Palneallergie. Ups. Lehmut? Bist du's? Hey, das ist mein Bro. What's up? Ah. Ich hab... Das haben die Sands am Kinder. Dann lass ihn mal niesen. Und halt. Was geht? Kennst mich noch, oder? Hast mich vermisst? Hey. Ich hab dich auch vermisst. Lehmus, du Kleefus. Kleefus. Lehmus. Kein Deutsch mehr. Nein. Oh, Gott. Liebes. Weißt du, die Nacht haben wir alles erlebt, wie alle gestorben sind. Und jetzt... Ob wir auf einmal wieder glücklich. Dieses Spiel soll sich auch entscheiden, wo es lang geht. Dieses dazwischen, das macht mein Gehirn kaputt. So. So, wer bist denn du? Nein. Keine Ahnung, wer du bist. Aber du bist interessant. Hab ich mal eingesteckt. Ne Lemus-Figur. Ah ja, was. Ich hab mich ja noch... Lauf. Olle, lau. Lauf, 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 lauf. Oh, wie der oben wackelt. Das du warst. Oh. Oh, yeah. Oh. 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 Ich bin hier auf einmal im Pupsbau gelandet. Oh mein Stein. Irgendwie habe ich jetzt eine Taschenlampe. Oh Gott. Nur das will ich jetzt so nicht weg hier. Lauf, 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 lauf. Einfach. Oh. Irgendwas lebt hier unten. Irgendwas riesiges. Irgendwas riesiges. Oh. Und weg mit dir. Okay. Mensch. Olle. Was machst du denn da? Und runter mit dir. Und ich muss da hin. Entscheinen. Jawohl. Und rüber. Und hoch. Kann man gleich hier einen Marathonlauf machen mit dir. Und rüber. So. Und rüber. Come on. Okay. Und runter mit mir. Hey komm schon. Komm. Das ist nicht cool man. Macht man nicht unter Freunden. Das ist nicht. Das ist nicht. Das bring ich zu weit. Warte ich jetzt bis ich ganz unten angelangt bin. Nochmal. Ja. Da muss ich warten bis es wieder oben ist. Da muss ich warten bis es wieder oben ist. Soll ich den.. Oh mein Gott Und hoch mit dir. Komm Olle. Was auch immer hier gebaut worden ist alter Mordors Kammer oder was weiß ich. Wir kriegen das hin zusammen. Mein kleiner.. Was bist du eigentlich? So ein Mensch? Wer bist denn du jetzt auf einmal? Tut mir leid Bro. Bringt euch weg. Was ist da drin? Eine Ratte? Pass. Aber der muss ja frisch eingesperrt worden sein. Also müsste es hier laufen gehalten werden. Wieso wurden wir eigentlich bei euch verzaubert? Ist da Magie mit im Spiel oder so? Hier wird es wahrscheinlich gleich erklärt. Und raus hier. Und schon wieder. So wie Rattenfänger von Hameln. Was bist denn du jetzt auf einmal? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Rattenfänger von Hameln würde ich sagen. Ist ja auch so ein Musikding da gewesen. Folgt mich jetzt oder? Nee. Wenn ich am Tag auch noch von jemandem weglaufen muss. Was bist denn du jetzt schon wieder? find dir hier. Ah, Trolle. Find nicht gut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Pauf nix, ich brauch nix, ich brauch nix, ich brauch nix. Oh, 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 oh. Ja, da schaust du blöd, ne? Bin ja auch doof geschaut. Hey, du hast mich nicht gesehen. Ich bin hier, ich bin hier. Weg hier, Mann, weg hier. Ich kann das nicht mehr. Ups, doch, schneller, Mann. Geh doch weg, du. Nix Viech. Was nehmen wir eigentlich vorgestalten, Mann? In diesem Wald will ich nicht leben. Für Bräune und so ja noch okay, aber dieses Viech da muss echt nicht sein. Weil weiter Musik machen. Dienste wenigstens bestimmt mal was da durch. Glaub, 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 glaub. Jetzt macht die wieder Mucke. Das war... Lauf, 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 lauf. Nee, das ist jetzt unterschiedlich immer. Wegen Call of Duty. Los, 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 los. Wie weit? Wie weit? Kann ich mich hier verstecken? Ja. Was sagt ihr, das ist wegen Call of Duty? Lauf, den Deckung, laufen, Deckung. Ja. Lauf, den Deckung, laufen, Deckung, Deckung. Schießt doch. Ja. Nix da. Nix. Nix da. Boah. Bin ich jetzt mit Sicherheit? Anscheinend. Oh, 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 oh. Oh, musste mir immer... Oh. Ich dachte, es gehört dazu. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja. Ich hab das vergessen. Tut mir leid. Tut mir leid, auch ne. Musst du durch. Warum? Auf ein neues. Ich warte hier. Warte immer noch. Bis zum letzten Sekunde. Dann sterb ich ja. Wundersame Artenbeißen. So. Keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Aber gut. Hier oder was? Dieser Stein leuchtet nicht. Du bist blind. Okay. War nur einmalig. Wohin geht's da? Ich seh nix. Oh, direkt wieder ins Wasser, ne? Zu der alten Sumpf. Ding da. Der Sumpftroller. Oh, nicht hinfallen. Und weiter, kids. Du bist denn, du? In his past life, Nekken was a simple man that laughed playing his violin. But the village did not appreciate his talent. Oh, nein. People would frequently bully him and the only soul that did not was a girl that Nekken fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nekken's anger finally overtook him. Oh, nein. He marched into the village playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nekken. His love was not spared death either. Devastated, Nekken left the town and lived by the lake drowning in his sorrow. Where he still lost people with his deadly music. What? Hintergrunds story. Also, anscheinend war das ein ganz normaler Typ, der Talent für Musik hatte. Aber dann gemobbt wurde von der Dorfjugend. Und dann hat er ein bisschen angefangen Geige auf die andere Art und Weise zu spielen. Ja und dann sterben alle. Sind dann mal gebrochen und Schilder am See. Aber warum will der nicht essen, man? Ist doch ein ganz normaler Mann. Also, ja. Darüber reden wir mal nicht. So, let's go. Und rüber. Boah, das gibt mir gerade so Tarzan-Vibes. Ich weiß nicht. Boah, das war bei mir. Oh, oh. Ich lebe noch. Ich bin ein Wunderjunge von Necken und sich ab sofort nicht mehr strecken. Oh, Spacebar, let's go. Oh, ich muss halten. Weiß ich ja nicht, Mann. Mann, du bist unter 18, du streckst deinen Arsch in unsere Kamera. Das ist nicht gut, Mann. Hat dich nicht gut für Klicks. Komm, Olle. Machst du gut bis jetzt. Halt durch. Oh, Mann. Machst du gut. Albtraum? Auf jeden Fall nicht die reale Welt. Das tritt schon mal fest. Vielleicht ein Albtraum. So, wieder dahin, wo alles begann. Unsere Schwester hoch. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so viel gehen, ich lange gearbeitet habe. Let's go. Olle. Olle. So. Hier ist nichts mehr. I, 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 i. Ich bin direkt. Ich... ich hab zurück oder ich mach aus euch brennholz ich mach aus dem brennholz ich sag's dir finden ist doch irgendwas braucht oder meine schwester bitte finden wir jetzt eine freundin wäre doch schön ganz eigene art zu flirten merkt es? funktioniert die macht zack zack ab geklaut man stein hey tuva was a light in the darkness die geht nicht mit? er findet nach was weiß ich zwei tagen im spiel oder so nachdem er wieder 50.000 mal gestorben ist und was weiß ich gesehen hat ne? findet er ein mädchen was mit ihnen reden kann oder fragt nicht mal irgendwie über irgendwelche tipps von hier oder so er hat ne scheiß pollenallergie mein gott was weiß ich denn je an ah mir geht es wieder gut jetzt kann ich wieder raennen Oha So, hab ich das mal an Quatsch, mach ich Ist ja richtig cool Will noch mehr lernen Da geht's auch noch Nicht die Beine brechen Das wäre schlecht jetzt Zack, zack Zack, zack Weite, zurück Zurück Ich bin Ole Der Lichtbändiger Alle anderen sind Avatar Und was weiß ich Luftbändiger Ich bin Lichtbändiger Der Herrscher der Elemente Temus Süß Temus ist ein süßer So, let's go Mal schauen, ob hier noch wer lebt Ich bin Lichtbändiger Okay Ich wurde durchlöster Ich bin Lichtbändiger Alter, aber röstern ist ein Witz dagegen Lauf, loauf, 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 loauf Witz Okay Und was soll ich machen Deine Meinung nach Weiß ich ja nicht Dass das mich sehen kann Oder nicht Oh mein Gott War das knapp, Mann Hast du ein Glück Dass ich ein Profi bin Ole Und weiter Komm Lass das Lauf, loauf, loauf, loauf Und jetzt versteck mich Genauso Und versteck dich Genau Zack, zack, zack », zack Hast du mich nicht gesehen Du hast nur gedacht, mich probieren. Komm weiter, geht. Komm alle. Wir haben es bald geschafft. Bald bist du bei deiner Schwester. Bald bist du zu Hause. So. Und hochklettern. Wie immer. Immer klettern. Dann gibts ja auch ein... Das Land war damals ein friedliches König. Mit einem großen König. Jetzt, seine Bildung hat die Schmerzen, die die Welt in Bramble verbrannt hat. Ja. Anscheinend wurde das hier alles mal vom großen König regiert, aber... Er lebt anscheinend nicht mehr und muss sein Anblick verkörpern, man ist nur in der Dunkelheit. Der Dornranken setzt sich jetzt hier. Ich bin einfach ausgerutscht und sterbe dadurch. Den Dornranken, die sich hier weit verbreiten. Komm, komm, komm! Jawoll! Clemus, rette mich! Clemus! Ja! Ja, ich bin deins. Ich bin ganz und gar deins. Mein großer Steinklotz. Leamus würde immer nach seinem einzige Freund sehen. Nach dem kleinen Crash, der das Spiel hatte, bin ich jetzt auch wieder am Start. So. Aber verpasst haben wir eigentlich nicht. Olle fühlte sich so, als er die Warnungen sah, wegen desperrten Müttern, die ihre Kinder tragen. Sie haben mit ihnen gebeten, nicht die ungesprächende Ecke, die ihre Gedanken zu haben. Das ist sehr interessant. So, gehen wir jetzt nochmal da rüber und dann... Was ist das denn? Oh, wie ist das denn? Oh, wie ist das denn? Oh, wie ist das denn? Oh! Okay! Okay! Komm hoch mit mir. Dann machen wir das jetzt noch. Dann hauen wir das einen Teil da jetzt um. Zack. Alles umschmeißen, was geht. Das ist halt so schlimm. Nicht runterfallen, Olle. Ich bin nicht so gesund. Glaub mir. Gibt es hier so? Nur ein Weg zurück wahrscheinlich. Ja. Und los geht's. Run, Olle. Komm. Außer so lange im Minecraft gespielt, Mensch. Zack. Aber es geht duck, duck, duck und dann schon bin ich drüben. Und weiter. Und weiter. Naja, bei diesem Ausblick beenden wir schon mal das Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare von 1 bis 10, wie krass ihr dieses Spiel findet. Ich finde dieses Spiel mega verstörend, aber auch mega gut, was mir viel Spaß macht, das mit euch zusammen zu spielen. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video wieder, haut rein und ciao Leute! Wir sehen uns im nächsten Video.